Moin sehr, der Füchser, draußen und willkommen zu Kimfuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu, nicht The Legend of Zelda, nein, The Last Guardian. Alles, was irgendwie mit The anfängt, ist bei mir irgendwie ein bisschen so gebrandmarkt nach knapp drei, fast 300 Folgen The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ist mein Gehirn, glaube ich, auf Dauer geschädigt. Wir spielen immer noch The Last Guardian, haben im letzten Part es geschafft, den süßen, verführerischen Nebel zu entkommen und versuchen jetzt, Trikot mit einem weiteren Fass zu versorgen. Dafür versuche ich, diese Kiste meinem Willen zu beugen, aber die Kiste widersetzt sich. Und das mit Erfolg. Aber jetzt sieht es ganz gut aus. Jetzt schieben wir die noch ein bisschen wieder zurück zu uns hier so hin. So, dann ist es auch gut. Hoppala. Okay, jetzt müssen wir nur gucken. Jetzt müssen wir das irgendwie da raufkriegen, auf diese Kiste. Mit einem geübten Lopf. Ja, das war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht. Man könnte natürlich jetzt die zweite Kiste nehmen, die noch dazustellen, damit es ein bisschen einfacher wird. Aber hey, wir versuchen das erstmal so. Man will sich ja nicht zu viel Arbeit machen. Nochmal lupfen. Ja, Meister, habt mir nicht mal Sorgen, ne? Da spricht der Könner. Okay, Trico, pass auf. Ich werfe dir das jetzt zu. Deine Augen sind so creepy. Aber irgendwie auch süß. Zack. Bitte schön. Ich will dich damit füttern. Na? Und? Hier, guck mal. Direkt aus meinem Pfötchen, nur für dich. Gamsala. Oh, nicht mich mitessen. Einmal hat mir gereicht, muss ich sagen. Einmal war da wirklich ausreichend. Okay, hier geht es dann erstmal nicht weiter. Wir gucken uns mal noch ein bisschen um. Hier sind nur Türen und wir müssen vermutlich... Jetzt hier irgendwo raus. Was denn? Wo bist du denn hin? Lass ich mal gucken. Ich glaube, man kann hier raus. Muss ich da, glaube ich, rauslassen. Warte mal. Oh, frische Luft. Wie angenehm ist denn das? So, warte, Trico. Irgendwie muss ich da rüber, um dir das Tor zu öffnen. Wahrscheinlich gibt es an der anderen Seite irgendwas zum Hochklettern. Oder runterklettern. Oder runterklettern. Irgendwie müssen wir da rüber, um das Tor zu öffnen. Oder ich irre mich und Trico hat eine andere Idee. Oh, er will... Oh, er will hoch. Ich komme. Warte, er hat sich für mich extra hingestellt, weil er schon merkt, du bist zu blöd und würdest es... Nein, das war doch ganz toll. Da oben ist das Loch. Da will ich hin. Da will ich hin. Da will ich hin. Offensichtlich will ich zu dem Loch. Los, mach nochmal. Mach nochmal, mach nochmal. Nochmal. Okay, und raus da. Okay, oh, vorsichtig, nicht zu weit. Da war ich ein bisschen, oh, wie sagt man, heißblütig, heißspornig. Ich weiß es nicht. So, vorsichtig zurück, vorsichtig zurück. Wir müssen vermutlich da rüber, dann ganz auf die andere Seite, um da irgendwo in so ein Loch reinzukommen. Weil wir die Tür aufkriegen müssen und dann kann Trico nämlich durch das Tor hindurch. So wird es laufen. Oder ich finde auf der anderen Seite noch irgendwas, um einen Hebel zu ziehen oder so. Aber das glaube ich nicht. Wir gucken mal eben. Das sieht nicht danach aus. Wir können trotzdem mal kurz gucken, ob auf der anderen Seite noch irgendwas versteckt ist. You never know. Wer weiß, ob hier noch ein Secret ist. Sieht aber nicht so aus. Nee. Nee, das war nur Zeitverschwendung. Aber man muss auch das mal machen. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Okay. Hinab, hinab, hinab. Hinab, hinab, hinab. Runter. Runter. Oh, klöter mich jetzt nicht davon. Oh, das leckt ein bisschen. Oh, das Spiel passt schon auf, dass ich nicht auf so den runterfalle. Alles klar. Ich gehe mal weiter. Ah, da vorne geht es rein. Okay. Hier ist ein Loch im Weg. Und von da aus kommen wir auf jeden Fall rein, um Trikot die Tür zu öffnen. Oh, vorsichtig. So, ich hoffe, da drin sind keine von diesen Wächtern. Scheiße, natürlich. Jetzt sind wir einfach mal ein bisschen schnell. Oh, 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 oh. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ja, Trikot mit Agro. Oh, ah, scheiße. Oh, es klötert alles zusammen. Oh. Ich weiß auch, was ich zu tun habe. Laufen. Und mich nicht fangen lassen. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Leute, scheiße. Okay, okay, okay. Oh, oh, oh. Trikot, hilf mir. Oh. Oh, 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 Gott, das wird. Puh. Das Spiel hat schon ein paar sehr heftige Momente. Also, wow. Das war verdammt cool. Oh, danke. Oh, du siehst hier richtig gut aus. Deine Hörnchen werden auch langsam richtig gut wieder. Oh, vorsichtig. Schmeiß mich doch nicht so durch die Gegend. Okay, er hat ein bisschen Vertrauen in meine Skills inzwischen. Er weiß schon, ich weiß, was doch. Wir verstehen uns, ich und Trikot. Das läuft inzwischen einfach. Okay. So, ich glaube, wir müssen da unten hin. Dahin müssen wir, glaube ich. Oder darüber. Aber darüber glaube ich nicht. Das sieht schon nach dem Turm aus, der es mal werden soll. Aber jetzt würde ich sagen, müssen wir vermutlich da hin. Okay, und dann können wir, von dem Turm können wir ja hoch. Vorsichtig. Und. Sehe ich schon wieder Schmetterlinge? Ich glaube schon. Noch ein bisschen weiter. Ne, die riecht auch nicht. Es sind Vögel. Es sind keine Schmetterlinge. So. Okay. Oh, wir leben noch. Das ist das Wichtige. So, dann würde ich sagen. Das sieht gefährlich aus. Was ist das? Lass mich mal schauen. Das ist ja jetzt schon wieder so eine Arena oder irgendwas. Irgendwas nicht schönes. Was ist das hier für ein Ort? Oh nein. Oh nein. Oh, klöter doch nicht. Warte, ich kümmere mich um die Leute mit den Augen. Okay, das läuft. Sind da noch mehr Leute mit irgendwelchen Kackaugen? Oh, Vorsicht, Trikot. Du darfst zwar die Gegner kaputt machen, aber nicht mich. Also schon scheint hier keiner Augen zu haben. Wir haben beide keine Augen. Ich werde mal einen wegstürmen. Ja. Oh nein, das hat nicht geklappt. Ich habe mich einfach gegriffen. Oh. Das ist Wichtlos. Au. Dankeschön, Trikot. Okay. Ich glaube... Oh, nein. Er ist noch nicht fertig. Oh, da hat einer ein Auge. Warte. Ja. Ich würde ihm ja gerne das Auge klauen, aber er nimmt mir das immer wieder weg. So, ich muss versuchen, das Auge zu klauen, aber das Auge scheint... Da ist es. Ich muss es wegwerfen. Auge kaputt, jetzt könnt ihr mich mal. Trikot, war es das? Kann ich dich jetzt ein bisschen trösten? Ich glaube, er ist fertig. Ja. Komm her. Du musst dich beruhigen. Du musst dich beruhigen. Du musst dich beruhigen. Ich werde dich jetzt sanft streicheln. So. Beruhigen, beruhigen, beruhigen. So, alles wieder gut. Alles... Naja, es geht so. Du hast wieder mal ein Speer bei dir in der Seite. Zieh dir jetzt erstmal raus, das Ding. Achtung, es tut kurz weh. Okay, so, hast du gut gemacht, komm. Lass mich die noch ein bisschen streicheln. Jetzt müssen wir gucken, noch mehr Speere an dir. Erstmal gucken, dass es dir gut geht. So gut wie es... Oder ist noch einer? Oh je, gleich zwei abgekriegt. Und Achtung! Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Du hast es echt nicht leicht mit mir. So. Okay, es geht ihm erstmal wieder so weit den Umständen entsprechend. Hier, guck mal, hier muss irgendwo ein Fass sein. Das sind auf jeden Fall Schmetterlinge in der Nähe. Das bedeutet, irgendwo liegt hier ein Fass rum. Das suchen wir jetzt erstmal, denn das hat unser kleiner Trikot sich redlich mal wieder verdient. Geht's hier irgendwo rein? Was hast du da gemacht? Du hast irgendwas gefunden, an dem er dreht. Und wenn er daran dreht, geht irgendwas hoch. Das da. Dreh da mal weiter dran. Oder ich muss daran drehen. Spiel mal damit rum, Trikot. Das ist schon gut gewesen. Was ist los? Ich will ja gucken, dass wir daran rumspielen, weißt du? Ich will dir das Fass geben, was da irgendwie drin ist. Dafür muss ich dich daran locken, weiter daran rumzuspielen, an dem Ding hier. Wie mache ich denn das? Das hast du schon ganz gut gemacht. Du musst da noch mehr dran rumspielen. Du musst hier rein, weißt du? Denn da wird wahrscheinlich ein Fass drinnen liegen. Weiter, 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 weiter. Das machst du gut. Noch ein bisschen mehr. Hm. Wie kriege ich ihn dazu noch weiter daran rumzuspielen? Vielleicht, wenn ich nach oben gehe. Komme ich da nochmal irgendwie nach oben? Nee, da oben drauf komme ich so nicht. Oder er kann mich da hoch. Er kann mich da hochführen. Warte mal. Komm nochmal wieder her, Trikot. Hier hin. Ich habe da vielleicht auch eine Idee. Nochmal hierher. Da. Er versteht nicht so ganz. Macht nix. Ich kletter mal an dir hoch. Ich weiß nicht, warum ich den zu süß finde. Irgendwie, er ist so, es ist so eine merkwürdige Mischung aus. Gruselig, aber doch irgendwie so niedlich ist es. Ich kann es ganz schwer erklären. Auf jeden Fall habe ich es nicht ausgehalten. Ich musste mir aufgrund eines Impulses jetzt doch rückwirkend noch die Collectors Edition kaufen. Das Zahnrad an der Wand schien irgendwie mit dem Tor verbunden zu sein. Richtig. Der bei der Collectors Edition, aua, ist so ein, äh, ist halt eine Figur von, ähm, Trikot drinne. Und die sieht wirklich qualitativ sehr gut aus. Und Pan hat mich dann auf einen Amazon Käufer aufmerksam gemacht, der das relativ günstig verkauft hat. Also mit Grüße und Danke geht nochmal raus an dieser Stelle für die Info. Hat sich definitiv gelohnt. Heißt aber, ich habe jetzt einen Teil über. Ich würde einfach sagen, vermutlich wird es verlost. Ich weiß noch nicht, was wir tun können. Wenn jemand irgendwie eine Idee hat oder, keine Ahnung, ich muss mal gucken. Ich denke, ich werde es einfach mal bei uns, oder? Ich werde es einfach in der Community verlosen. Vielleicht hat auch jemand irgendwas zum Tauschen. Auf jeden Fall habe ich jetzt einmal die Steelbook Edition The Last Guardian über. Wer Interesse hat, gerne mal in die Kommentare schreiben. So, hoppala, jetzt kommt Trikot. Ich muss irgendwie da ran. Also so geht es offensichtlich nicht. Ich muss Trikot dazu bringen, an dem Zahnrad rumzufummeln. Du musst da noch mehr dran rumfummeln. Du machst das schon ganz gut, aber noch mehr. Ich weiß noch nicht, warum. Da scheinen ein Fässer drin zu sein oder irgend sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also irgendwas ist da ja drin. Ich gehe mal eben hier hoch. Dann versuche ich mal zu schnallen. Ach, guck mal, da ist ein Fass. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre hinter diesem Zahnraddings versteckt. So, Achtung, ich werfe dir das mal zu. Vorsicht, Trikot. Und Achtung, fangen. Ah, dann so viel dazu. Eines Tages wird das mal klappen mit dem Fang. Gut, das hat ja schon mal gefangen. Er hat das schon mal geklappt. Ich gucke mir mal weiter um, was hier noch so ist. Vielleicht finde ich auch noch irgendeine Idee oder irgendeine Möglichkeit, ihn etwas zu motivieren, mit den Zahnrädern zu spielen. Oder das ist einfach nur eine Info, die nichts weiter bringt, weil dahinter doch nichts war. Aber er spielt da immer wieder mit rum. Also er findet es selber lustig. Was das genau bringt, weiß ich noch nicht. So, hier kamen wir her. Ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Ich hau nicht ab ohne dich. Alles gut, vielleicht kann ich irgendwas damit machen. Vielleicht muss ich das Holz kaputt machen. Hm. Das hat nichts gebracht. Versuchen wir es mal von etwas näher. Aber ich wüsste auch nicht, was es bringt, das Holz kaputt zu machen. Nee, bringt eh nichts. Joa, gute Frage. Ich weiß nicht so ganz, was wir da machen sollen, mit diesem Döns und was es bringen sollte. Er spielt da halt dran rum. Dann bewegen sich die Dinger auch ein bisschen, aber es ist ja nichts drinne. Also nichts Erkennbares, was in irgendeiner Form interessant wäre. Aber es ist lustig. Die Sache ist auch nur die, ich wüsste jetzt halt nicht, wie es weitergeht. Ich kletter mal auf ihn drauf und mal gucken, ob Triko eine Idee hat, wie es weitergehen soll. Oh, das sah komisch aus. Was meinst du, Großer? Wo geht's weiter? Wo müssen wir hin? Da oben sind ein paar Löcher, aber da kann man auch nirgendwo raus. Du kannst mich höchstens da oben drauf lassen, das bringt nichts. Und da könnte man versuchen, da oben rauszuspringen, aber da ist halt ein dicker Deckel drauf, ne? Also da werden wir nicht einfach so, da werden wir nicht einfach so rauskommen. Was schreist du, was schreist du an? Die Tür? Nein, nicht wieder raus. Wo bist du hin? Was soll das bringen? War's das schon? Also nicht weiter. Hm. Weiß es nicht. Wo willst du denn hin, Triko? Und wieder rein. Ja, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wohin. Es muss ja eigentlich da drin irgendwie weitergehen. Irgendwas mit diesem Zahnrad muss einfach noch passieren. Nur was? Gibt es auf jeden Fall noch was zu essen? Vielleicht kann ich das Ding irgendwie aufmachen. Ah, geht nicht. Ich komme da nicht gegen. Ich komme da nicht an. Das ist sehr komisch. Also ich komme da nicht hoch. Ich kann mich da nicht ranhängen. Ich drehe das auf und er geht dann irgendwie da rein. Wir müssen irgendwie Triko dazu bringen, dieses Zahnrad zu verwenden, um die Tür aufzumachen, um uns da reinzulassen, wo ich dann auch nicht weiß, was es bringt. Eine sehr gute Frage. Triko, wie geht es weiter? Du musst mir helfen. Wir müssen als Team zusammenarbeiten. Hier ist wahrscheinlich wieder irgendeine Tür, die ich nicht sehe. So eine One-Way-Tür, die ich nicht schnall. Dann müssen wir sowas hier rausschieben, vermutlich. Hier sind nämlich so Dinger drunter. Ich weiß noch nicht, wofür die sind, aber irgendwas müssen wir damit vermutlich machen. Der ist kaputt. Und der ist nicht kaputt. Und hier ist ein ganzer. Den muss ich vermutlich kriegen hier drinnen. Den da. Der ist nämlich noch heile und rausziehbar. Ist gut, Han. Wir haben es ja gehört. So, ihr Lieben. Ihr habt den Horn kurz kriegen gehört. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann hier ganz kurz einen kleinen gemütlichen Break. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe ihr uns soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wenn wir gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und werden mal versuchen, weiter rauszufinden, was wir hier machen müssen. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Aufhebtz. Tunt